YouTube. Das war ich einst. Völlige Hingabe. Völlige Transparenz. Totales Gaming. Totale Droge. Scheiße. Scheiße. Geht noch? Geht noch. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses genialen Spiels. Cut. Und da kommt der Pass. Ja, sehr schön. Gut gepasst. Und, oh, knapp daneben. Knapp daneben. Warte. Scheiße. Du kannst du mir ernst. Wir haben letzte Woche schon gesprochen. Wenn das mit der Pünktlichkeit nicht besser wird, dann muss ich deine Eltern informieren. Ich möchte nach der Stunde nochmal mit dir reden. So geht's nicht. Ich weiß, dass ich der Beste bin. Ja, klar. Meine Fans tue ich doch alles. Alles. Akku voll und Internet funktioniert? Ja, wie immer. Einfach mal zusammen nach Hause fahren. Wie viele Videos heute noch? Vier habe ich schon. Dann sechs noch. Was jetzt als nächstes? Uncharted Folge 76. Rendern. Okay, ja. Es geht weiter. Wir haben wieder richtig Bock. Wieder in einer neuen Folge. Jedes Like ist wichtig. Und, oh, was war das denn gerade? Hallo Leute. Heute gibt es mal wieder, wie ihr hier seht, eine Food Challenge von meiner Seite. Ja, wie ihr schon seht, habe ich was sehr Leckeres angerichtet. Und da kommt gleich... Hallo. Guten Tag. Ich habe die Kommentartendenz der letzten Wochen ausgewertet. Und es hat sich herausgestellt, dass besseres Equipment her muss. Ich werde Ihnen den entsprechenden Link mit passendem Produkt zusenden. Ja, moin. Du bist fünf Minuten zu spät. Wichser. Heute stellen wir euch mal wieder ein paar Sachen vor, die mir sehr empfohlen wollen. Wir fangen an hier mit der Vilsa-Flasche. Mega geil. Oh mein Gott. Bose-Kopfhörer. Samsung Galaxy S6. Es ist mega geil. Hast du noch den besten Duft, Alter? Tschüss. Digga, was ist eigentlich mit dem Inhalt? Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.